hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge auf meinem channel rund um ungewöhnliche unterhaltsame spektakuläre fahrzeuge ich stehe auch jetzt noch in kalifornien die sonne scheint der himmel ist blau so war es die letzten tage nicht immer momentan bin ich in burbank und zwar vor dem shop von troy led der hat vor 15 jahren hollywood hot rods aufgemacht und seitdem sehr sehr erfolgreich aufgebaut er baut hot rods bisschen old style sachen aus den 30er jahren 40er jahren sehr sehr eindrucksvoll qualitativ hochwertig und wie es da drin aussieht das möchte ich euch jetzt gerne mal exklusiv zeigen viel spaß beim zuschauen so 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 ich hoffe das ganze hat euch soweit gefallen der blick hinter die kulissen bei hollywood hot rods das falls ja daumen hoch fürs video bitte und natürlich meinen channel abonnieren ich sage vielen dank und bis zum nächsten video